Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal Glockenzeit. Es freut mich sehr, dass Sie diesen Kanal-Trailer ansehen wollen. Ein paar Worte vorab. Worum geht es auf dem YouTube-Kanal Glockenzeit? Auf meinem Kanal finden Sie Aufnahmen von Kirchenglocken, egal ob historisch oder neu, aus Bronze, Stahl oder Eisen. In welchen Gebieten nehme ich auf? Mein hauptsächliches Aufnahmegebiet ist Unterfranken, aber selbstverständlich nehme ich auch in anderen Teilen Deutschlands oder im Ausland auf. Das Ziel, das ich mit diesen Videos verfolge, ist, dass alle Zuschauer und Zuhörer einen Einblick in die sonst verschlossenen Kirchtürme erhalten können und somit die Glocken gleichzeitig sehen und hören können. Das Ziel, das Ziel ist,